Hallo und herzlich willkommen. In dem kleinen Tutorial möchte ich euch ja einen PowerPoint-Tipp mit auf den Weg geben. Und zwar, wenn ihr in einer digitalen Konferenz, in einem virtuellen Session eine PowerPoint teilen wollt, dann ist es oft so, dass diese PowerPoint, sobald ihr in den Präsentationsmodus geht, den ganzen Bildschirm verdeckt und ihr allerdings das Ganze nur in einem Fenster teilen wollt und so auch noch selber den Überblick über die anderen Fenster habt. Das geht folgendermaßen, ich habe hier im Hintergrund mal PowerPoint geöffnet und wenn ihr auf Bildschirmpräsentation geht, also oben in der Menüleiste auf Bildschirmpräsentation, dann habt ihr die Möglichkeit, diese Bildschirmpräsentation einzurichten. Bildschirmpräsentation einrichten. Es öffnet sich folgende Menüauswahl und standardmäßig ist dort eingestellt, Präsentation durch einen Redner, volle Bildschirmgröße. Ihr wollt aber an sich durch ein Individuelles, durch ein Individuum in einem Fenster klicken, also den zweiten Punkt an und sagt, okay, wenn ihr jetzt die Präsentation startet, also in die Bildschirmpräsentation geht, dann habt ihr die in einem Fenster und wenn ihr jetzt in einer Applikation das teilen wollt, teilt ihr das Fenster. Das war es soweit. Danke euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.